Ja, wir freuen uns, dass wir die VEW jetzt integrieren können in die WF GmbH. Damit sind wir deutlich stark kräftiger, was die Aufgabenstunden in der Zukunft betrifft. Die Investitionen in die erneuerbaren Energien, in die Netze werden alle Ressourcen fordern. Die wollen wir jetzt kräftig bündeln mit dieser Strukturentscheidung. Wir freuen uns darauf, dass unsere Partner Tüger und ERM diesen Weg mitgehen. Gut, also wir heißen erstmal alle Kolleginnen und Kollegen der VEW in unserer EWF herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Und wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Integration der VEW in die EWF gemeinsam mit den beiden starken Partnern ERM und Tüger noch schlagkräftiger werden und die Klima- und Energiewende entsprechend noch schneller und besser umsetzen können. Wir gewinnen dadurch auch noch mehr Kompetenz bei den beiden Partnern Tüger und ERM, die breit und tief energiewirtschaftlich aufgestellt sind. Und auch das wird uns entsprechend helfen, dann die erneuerbaren Energien nachhaltig und schnell umzusetzen.